Jetzt das große Achtelfinale hier live aus dem Megapark. Deutschland gegen Algerien. Wie wird es heute ausgehen? Ich denke, wir holen den Sieg, oder? Fußball, Algerien gegen Deutschland, was glaubst du, wie wird es heute enden? 4-0. Wir gewinnen, 4-0. Und wie ist die Stimmung bei euch hier am Tisch? Total geil, super. Geile Stimmung. Viel Spaß noch, danke. Dankeschön. Wie ist die Stimmung hier im Megapark? Das ist der Wahnsinn. Die Stimmung ist noch besser, als sie Donnerstag schon war. Und gleich werden wir den Megapark abreißen. Und werden wir Weltmeister? Ja, sicher. Die Stimmung ist super. Jeder ist gut drauf und ja, einfach nur Hammer. Dann, lass uns alle stimmen, über dich mit Herz und Hand. Heilig, Heilig und Recht und Leid, zähl des Glückes und am Tag. Bühne tanzen dieses Glückes, bühne deutsches Vaterland. Bühne tanzen dieses Glückes, bühne deutsches Vaterland. Rekord, du hast gerade die Nationalhymne gesungen. Wie war das für dich? Das ist mein dritter oder vierter Auftritt mit der Nationalhymne. Das wird jedes Mal immer fetter. Das ist eine unglaubliche Erfahrung für mich. Das ist ein fetter Chor. Ich freue mich riesig, das jedes Mal zu singen. Und es ist für mich auch ein Privileg. Was für ein spannendes Spiel Deutschland gegen Algerien. Wir haben uns ins Finale gezittert. Jetzt ist aber Party angesagt und wir werden weiter feiern. Viertelfinale. Woohoo! You